Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 10. Februar 2021. Ihr hört Geek Talk Daily 951. Besten Dank an all die Nachfragen, die zahlreich reingekommen sind. Ja, meiner Tochter geht es wieder ein bisschen besser. Und wir hoffen natürlich, dass wir ein bisschen mehr Schlaf bekommen in dieser Nacht. In diesem Sinne geht es heute weiter mit Spotify. Shortcut-Button, Datenschutztag, Trinkwasser und Terraria. Ich beginne gleich mit Spotify. Von dem Musik-Streaming-Dienst lagen aktuell mehrere hunderttausend Loggings im Netz rum. Einfach so. Und wie sich herausgestellt hat, ist es diesmal nicht ein Fehler von Seiten Spotify direkt gewesen, weil irgendwie Daten abgegriffen oder sowas, irgendeinen Lack gefunden. Ne, das sind Daten, die gewiffte Hacker zusammengestellt haben aus anderen Hacks, die sie gemacht haben. Zum Beispiel Facebook-Konten, Twitter-Konten, die sie gehackt haben. Oder von denen sie die Daten haben. Und dann halt einfach das gleiche Login mit der gleichen E-Mail-Adresse und dem gleichen Passwort auch bei Spotify ausprobiert haben. Es soll ja Menschen geben, die sowas tun. Shame on you. Dafür gibt es Passwort-Manager. Gell, Mike? Weiter geht es. Oh ja, vielleicht, falls ihr dazugehört habt oder hättet. Mittlerweile wurde das ganze Spotify gemeldet. Die Konten wurden gesperrt, so wie man es hätte auch tun sollen. Und die Nutzer wurden aufgefordert, ein neues Passwort zu vergeben. Also unbedingt dran denken, nutzt unterschiedliche Passwörter für unterschiedliche Dienste. Sichere Passwörter und auch die Two-Step-Verification, wo möglich. Dann geht es weiter mit dem Schnellkoppel-Knopf oder wie er mittlerweile heisst, dem Shortcut-Button von Ikea. Im letzten Frühling, glaube ich, haben wir schon mal darüber gesprochen oder war es noch früher, irgendwann angekündigt, für Sommer, dann für Herbst wieder rausgeschoben. Ikea Twitter Schweiz meinte dann, wir sollen mal mit dem Frühjahr rechnen, aber wohl eher so Sommer 2021. Es wurde jetzt doch Frühjahr. Ab sofort kann der Button bestellt werden. In Deutschland und ich nehme an, Österreich ähnlich für um die 6 Euro, in der Schweiz für 9,95 Euro, einfache Knöpfe für das smarte Zuhause aus dem Hause Ikea. Wer mehr darüber wissen möchte, Link auf daily.geektalk.ca oder im Podcatcher eures Vertrauens in den Shownotes. Ein Link dazu, wo ich es kurz anreisse. Ich werde die Dinge nächstens testen und euch dann wahrscheinlich ein kleines Video und oder sicherlich im Blog was dazu schreiben. Weiter geht es mit dem Datenschutz-Tag und dazu hat Tim Cook ein kleines Video veröffentlicht. 12 Minuten circa, genauer gesagt 12 Minuten und 9 Sekunden geht das Video, wo er eine kleine Ansprache hält an den Europäischen Datenschutz-Tag zu Ehren und wo es eben darum ging, was sie für den Datenschutz tun und warum das der Datenschutz so wichtig ist. Natürlich viel Marketing und bla bla, aber auch ganz viel Gutes, wenn es dann so bleibt für die Ewigkeit. Ich bin auf jeden Fall nicht unglücklich, dass ich da die meisten meiner, vor allem auch den sensiblen Daten habe. Dann geht es um Trinkwasser und zwar genauer gesagt das um eine Stadt in, wo war das nochmals, Florida. Genau, da hat man nämlich die Wasserwerke gehackt oder da hat ein Hacker oder eine Organisation die Wasserwerke gehackt und den Natronwert oder die Natronlauge quasi, die Aceton-Sodasäure, ähm, Atzne, ja genau, ich kann es nicht lesen, es tut mir leid. Natronlauge, den Wert um das Hundertfache gesteigert, sodass das Trinkwasser eben nicht mehr trinkbar gewesen wäre. Die Wasserwerke haben gemeint, dass das nicht ganz so schlimm sei, dieser Hackerangriff, denn zum einen überwacht jemand natürlich ständig die ganzen Daten und die ganzen Werte und bis das verunreinigte Wasser die Menschheit, also an den Herrn, erreicht hätte, wären eh zwischen 24 und 36 Stunden vergangen. Auch wenn da im Wasserwerk der Fehler passiert wäre oder durch den Heckenfehler passiert wäre, es hätte ja noch zahlreiche Instanzen durchlaufen, wo eben das Wasser immer wieder getestet werde. Nichtsdestotrotz heisst es natürlich auch, hier sollte man schleunigst in Technologie investieren, dass sowas nicht in Zukunft wieder passieren kann. Nicht wieder passieren sollte Google auch die ganzen Geschichten rund um, ja, Konten, die plötzlich gesperrt werden und einfach kein Support da ist. Das kann Google auch teuer und imagemässig sehr schaden, wird sich zeigen. Der Indie-Hit Terraria, den es schon seit 2001 gibt auf diversen Plattformen, hätte eigentlich jetzt mittlerweile dann auch mal bei Google Stadia aufschlagen sollen. Hätte, ja, weil dem Chefentwickler, der Bude, der das Ganze entwickelt hat, wurde nämlich sein privater Account gesperrt. Da hat er Tausende von Währungseinheiten an Games ausgegeben, hat zum Beispiel sich Herderingen 4K gekauft, noch nicht zu Ende geschaut, seine ganzen Google Drive Daten sind weg und nicht zuletzt der YouTube Kanal logischerweise und noch viel schlimmer, seine 15 Jahre alte Gmail Adresse. Alles weg, seit drei Wochen erreicht er niemand bei Google, weder über die normalen Wege eines Privatnutzers, noch über die Wege, die er als Entwickler hat. Und das ist natürlich besonders schade. Seine Essenz daraus ist, er sagt ganz einfach, Terraria, könnt ihr mich kreizweise, das gibt es nicht für Stadia. Und obwohl das Google vor kurzem prominent beworben hat, ja, zieht er das Ganze zurück und sagt, mit so einer Bude werde er zukünftig keine Geschäfte mehr machen. Was er aber machen wird, ist weiterhin auf dem Android, also der Android App, der noch Updates raushauen und die App weiter pflegen, denn er sagt auch hier, er möchte natürlich nicht die Kunden prellen, die dafür schon einiges an Geld ausgegeben haben und das Spiel somit nicht mehr spielen können. Eigentlich sympathisch, vor allem auch die Konsequenz, das eben so durchzuziehen. Ich bin mal gespannt, ob sich jetzt Google noch dazu meldet und sagt, an was das Ganze gelegen hat, weil er, sagt er, wisse nicht oder sei nicht wissentlich irgendwas falsch gegangen oder gelaufen. Na dann, euch damit einen schönen und erfolgreichen Tag. Denkt an eure Backups, wie ihr sehen könnt. Plötzlich sind alle eure Cloud-Daten weg. Solche Dinge können leider passieren. Deshalb, eine Cloud ist kein Backup. Backupt eure Daten regelmässig und viel. Bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.